Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mirror's Edge. Dieses Spiel kam, ich glaube, 2008 raus. Publisher ist EA Games Entwickler ist Dice. Und ich werde es mit euch spielen. Ihr werdet selbst noch sehen, was für ein Art Spiel es ist. Ich habe es bereits gespielt und ich würde sagen, neues Spiel, bla bla bla, weiß ich. Den hohen Schwierigkeitsgrad müsste ich erst freischalten, habe ich noch nicht gemacht, deshalb normal. Und wir beginnen. Unbequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Ein ziemlich episches Intro im Comic-Stil. Es gibt weitere Cutscenes dieser Art. Das hier wäre jetzt ein Training, aber ich kann das Spiel schon und ich werde alles nötiger erklären können. Deshalb überspringen wir das mal. Da wird einem auch nichts von der Story gesagt. Deshalb guckt mal da, sie wird gemobbt. Sie wird rumgeschubst. Oh, da wehrt sie sich. Ja, dafür muss sie jetzt in den Knast, ne? Stellt euch mal vor, der Schriftzug würde jemandem direkt auf den Kopf knallen. Stellt euch mal vor, dagegen fährt ein Auto. Und da crasht ein Flugzeug rein. Also es ist doch unverantwortlich, hier einfach solche Schriftzüge durch die Stadt schweben zu lassen. Die haben sie doch nicht mehr alle. So wird Werbung in 20 Jahren aussehen. Und sie ist ja auch nicht gerade vorbildhaft hier. Wahrscheinlich eine von den Eltern, die an Kindern sagt, hier auf dem Spielplatz passt bei der Rutsche auf. Diese Stelle ist episch. Finanzbezirk, 13.58 Uhr. Moment, der redet klar gerade was. Ja, 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 die Vögel sind total beeindruckt. Wenn du mich philosophieren kannst, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Ja, aber es ist... Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet nicht mal Funktion genau vor dir. Genau, wir müssen, ähm, jemanden namens Celeste oder so, keine Ahnung, ähm, eine Lieferung bringen. Die haben wir dabei, in einem Koffer. Den haben wir verdammt gut versteckt, denn unsere Hände sind ja offenbar frei. Keine Ahnung, wo sie sich den Koffer reingeschoben hat. Ähm, auf jeden Fall müssen wir dabei über die Städte... Äh, Quatsch, über die Städte. Über die Dächer der Stadt. Sie fliegt über die Dächer der Stadt. Du, M.D. alle Zeit erwähnt und Celeste stinkt sauer. Sieht schon fast beim Funktion im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer, sie übernimmt deinem Rät. Ähm, warum dem so ist, wurde ja... Ja, weitestgehend im Intro erläutert. So, jetzt will ich noch kurz erwähnen, dass ich nicht sehr gut in diesem Spiel bin. Und wenn etwas schief läuft, dann... Ja. Ne? Hallo Vorhang. Ach, typisch Nachrichten. Das waren bestimmt die Action-News, die ballern auch direkt mal drauf. Mit dem Heli. Hier lässt jemand Darmwände entweichen. Oh, boom. Oh mein Gott! Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Naja, manchmal. Wenn sie nicht gerade auf dich ballert. Ja, der Funk dreht durch. Dieser verdammte Funk, der ist doch wahnsinnig. Was dreht der durch? Ich gebe dir zuerst. Bitte da, da. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Rede. Der ist unterwegs. Halt dich bereit. Nein! Bam! Jo, das passiert, wenn man daneben springt. Ups. Toller, ähm, Safe Point. Jaja. Ich bin ja... Ich bin ja unterwegs, ne. Ja, Funk dreht schon wieder durch. Der lernt nichts dazu, dieser verdammte Funk. Bitte da, da. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Boah. Okay. Wir werden gleich da sein, aber die Polizei verfolgt uns gerade, weil wir den Tatbestand des Existierens erfüllen. Oder so. Keine Ahnung. Lasst uns lieber springen und... Oh mein Gott! Yep. Ähm, es gibt hier so einen Zeitlupen-Modus, den habe ich gerade aktiviert. Und ich habe den Polizisten entwaffnet. Aber ich brauche die Waffe nicht. Denn Waffen sind lame. Und danke. Bla, bla, bla. Ihr seht, dass einige dieser Objekte rot sind. Das ist die Runner Vision, von der sie gesprochen hat im Intro. Wir sehen diese Stadt anders. Bla, bla, bla. Und... Wow. Beeil dich, die GPS-Klip an dir. GPS-Klip an mir? Äh, kann man das auswaschen? Egal. Hey, wirf den Koffer rüber. Hier, fang! Da ist das TNT drin. Das Nitro-Kliterin. Bam! Hey, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Seth. Ich komme klar. Voll die Hardcore-Polizisten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen hier fliehen. Und wir laufen auf nichts zu. Jetzt kann noch ein Wunder uns helfen. Blass mir Papier ins Gesicht, bitte. Wow. Wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Hallo, Spiegelbild. Bloß nicht loslassen. Was machst du? Oh. Okay, das werden wir tun. Ja, warum auch nicht, ne? Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen wir das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich werde, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwittig waren. Ich schaue später vorbei. Und schmeiße die Pizza nicht weg. Ich mag den Belagetrag Greifer. Greifer. Ja, klar verstehe. Bis dann, Mark. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey. Mark. Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Das hat sich nach einer voyeuristischen, äh, Motivation angehört. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Kapitel von Let's Play Blablabla. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Vielen Dank.